So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig, das nächste kurze, schnelle Infovideo. Und zwar Dinos Welt, was für die Kleinen. Ausgabe 16 für 6 Euro, 5,99 Euro. Was gibt es dafür? Natürlich das Magazin und ihr seht selber ein Extra. So, hier ziehen, Mund zu, zu aufheben. Drei kleine Dinos. Naja, es ist Plastik. Die Details kann man nicht so richtig erkennen. Es ist nicht hochwertig, aber trotzdem drei Dinos bei. Dazu ein paar Aufkleber. T-Rex, seht ihr ja, es ist auf dieses Magazin Dinos Welt Nummer 16 für 5,99 Euro. So, kurzes, schnelles Infovideo. Nein, jetzt blättern wir natürlich drinnen rum. Falls ihr wissen wollt, was das Magazin so zu bieten hat, Hauptsache, was für euch ist, ist natürlich sehr viel Wissenswertes. Ist klar, malen sowieso ist was für die Kleinen. Kleine Geschichten, seht ihr ja. Das erinnert mich an ein Besonderes. Das Unterteil nicht, aber mit die Eierschale oben drauf. Der war, glaube ich, grün und hieß Grisou. Wollte Feuerwehrmann werden. Dann seht ihr hier, spektakuläres Bild. Witzig gemacht. Fußabdrücke, Eier von wem? Würfelspiel, Rätselspaß dabei. Hier was zum Zeichnen, Ausmalen. Cooles, kleines Poster. Rätselspalz natürlich. Na, ein Poster. Uh. Ach, schaut mal hier, ein Auge. Könnt ihr ausschneiden. Das ist so ein ganz großes Poster, kann man da raus machen. Ja, jetzt weiß ich wieder. Das gab es früher immer in der Bravo. Stahlschnitte hieß das damals. Und hier heißt es wohl Dino-Schnitt. Schnells versorgt, aber ein cooles Auge. Aber glaube ich nicht dran. Das glaube ich nur so. Kann ich mir nicht vorstellen. Rätselspaß. Basteln ist immer gut. Seht ihr den Luftballon aufblasen, dann könnt ihr das hier dran kleben. Dann könnt ihr einmal hier einen roten machen. Und einmal so einen lilanen. Rote ist viel schöner. Oder? Was meint ihr? Backrezepte. Perfekt. Hier, ach, so ein Zettelding ist auch nicht schlecht. Ah, Wissensherrätsel und so weiter. Alles in allem. Ah, wieder was auszumalen. Rätselschpaß. Ihr seht es. Kleine Poster. Ne, das Auge war bestimmt ein kleines Poster. Also, das ist Dinos Welt. Ausgabe Nummer 16. Für 5,99 Euro. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Ist das extra dabei? Muss man es haben? Ich werde natürlich irgendwas von Dinos unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Schaut mal nach. Ist natürlich nicht was für jedermann. Für die kleinen, mittleren. Mal gucken, was ich finde. Was sicher, bequem ist es immer. Ob günstig ist. Und wenn ihr den Link benutzt. Danke, 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 danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und das Allerwichteste ist. Bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu. Vielen Dank.